und einen wunderschönen guten morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer runde minecraft und zwar masterbuilders auf dem mindlex.eu servern oder mc-servern oder was auch immer und wir dürfen eine königin bauen das ist interessant ich bin übrigens nicht alleine ich habe mir wieder hilfe dazu geholt und zwar vom lieben kiyoshi nein zero skill richtig und wir spielen masterbuilders ja hallo meine lieben freunde grüß dich na alles fit bei dir also außer dass wir eine queen bauen sollen und ich überhaupt nicht weiß wie ich das machen soll ist alles gut das ist doch gut weil ich weiß es nämlich auch nicht also das hatte ich echt noch nie als wort das ist auch echt auf deutsch gesagt ziemlich scheiße also da habe ich noch keine idee ich auch nicht das könnte auf jeden fall interessant werden und wir haben tatsächlich gerade eben einen abonnenten von mir getroffen also schon mal grüß an dich gehen raus heftig oder ja also auch wenn du weil mir bei der übertragung gerade nichts gesagt hast kurz nur heftig aber ja habe ich echt nicht verstanden deshalb ok ja naja kommt vor ich versuche hier gerade irgendwie so einen umhang zu bauen allerdings das wird irgendwie so null was ja also ich fange da schon anders an für sowas braucht man irgendwie mehr zeit habe ich das gefühl ja das kann gut sein aber ich glaube die idee die ich habe die seite ich sage ich ganz gut das ist doch schon mal nicht schlecht eine gute idee schon mal viel wert ja das stimmt so wie bauen wir jetzt unsere gute queen also ich würde sagen wir packen hier erstmal so zwei slabs hin so als füße noch das ist eine ganz gute idee kann man machen so noch kann man machen muss man aber nicht kann man machen so wie baut man denn jetzt eine queen was gibt man der denn für eine körperfarbe weißt du was ich mein ich überlege auch man das ist halt echt schwer das ist halt echt nicht einfach so eine queen also ich glaube dass das ist bei also von mir aus die schwerste sache die ich hier gebaut habe also ich habe auch schon viel schweres gebaut aber ich glaube das tatsächlich das schwerste ja jetzt ist wieder dieses typische masterbilder schweigen darf ja genau weil man ist so konzentriert und überlegt sich so ach das ja das muss ich jetzt schnell so bauen und ich habe fünf minuten ja genau so und ich sehe gerade wir haben nur noch zwei minuten und habe kacke ja gott noch fast nichts noch null nada niente oh gott oh gott nein der kopf ist viel zu klein scheiße was mache ich denn jetzt oh ne 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 hoch ne 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 ach man alter und wenn man dann die blöcke nicht findet dann ist man ganz traurig ja vor allen dingen wenn man dann bei gold gld eintippt oder so das ist katastrophe hier ja so da die ja schon ein bisschen älter ist kriegt die hier hinten so lange haare die baumeln da hinten so ein bisschen runter und dann kommt hier der rest von der krone hin oh gott oh gott wie viel zeit haben noch eine minute leck mich am arsch ich sag es nicht aber doch ich sag es das ist eng werden gar nicht mal so geil wobei ich bin recht zufrieden bis jetzt mit meinen die augen sind katastrophe die augen sind eine pure katastrophe aber ich glaube damit muss ich jetzt leben ähm warte clay 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 gib mir pinken pink stain clay ja komm auf geht's ich hoffe dass sieht in manchen texture packs noch halbwegs gut aus nein jetzt ist der bums kaputt gegangen ah fuck ich bin halt auch sogar halbwegs zufrieden bei mir gerade mein gesicht ist auch so unproportionös proportional weiß schon was ich meine ja aber verdammt bei mir auch aber oh mein gott wo ah hier nein warte ich muss es finden jetzt oh gott oh mein gott ich finde meins halt sogar echt gut also ich bin zufrieden mit dem was ich hier gerade baue sogar recht okay das schon mal cool ich weiß nicht momentan sieht sie mehr aus als ob sie naja ich weiß auch nicht obwohl es geht eigentlich sie ist zwar eine ziemlich kleine queen aber oh nee gott im himmel erschreckt mich nicht so gut alte queen ja wie machen wir jetzt die krone noch hier ein bisschen schöner vielleicht können wir das so machen oder so nein oder wenn wir sowas hier machen oh nee gott im himmel so so ist gut so ist in ordnung also du bist zufrieden ja halbwegs also ich überlege gerade ob ich irgendwas cooles noch machen können okay ja ich bin auch halbwegs zufrieden also es ist nicht gerade geil aber für queen ist es schon wieder ganz in ordnung so in die richtung ne ja ich hoffe die leute erkennen das auch wie ich es gebaut habe ähm ja was ist das weiß ich nicht das sieht auf jeden fall scheiße aus mal so gesagt queen was steht in queen queen ja also das kriegt von mir my eyes are bleeding ja weil was soll das darstellen ich weiß es auch nicht hier ist das bett ach so tschuldigung ist das deins ich sage nichts ich sage nicht ob das meins ist wenn das deins ist das sieht voll gut aus also gibt von mir gut die haare hätte ich halt jetzt nicht golden gemacht aber sieht echt sieht ganz in ordnung aus sieht echt gut aus von wem das ist oh lol einer von meinen abonnenten der hat's ja richtig drauf ja also können ganz schön bauen und ja da übrigens das ist meins echt ja also ich fand die gesichtsfarbe ist halt jetzt nicht so ganz als ob das deins ist ja ist es das ist deins nein ok naja aber endlich kann ich wieder kommentieren ja die bauphase ist vorbei man kann wieder reden hoh toll aber hier guck mal hätte ich zum beispiel keine braunen haare geben bei eine queen das sieht aus wie ein junge ja das stimmt das ist mehr so ein kleiner prinz das ist mal wieder absolut nichts das ist eine krone richtig aber lol wie gut hier manche leute bauen ne ist heftig ja vor allem deine abonnenten die können schon besser bauen als du ist einfach sie haben es richtig drauf hätte ich ja nie gedacht lol glückwunsch an euch ja also bei mir das ist eigentlich ganz schön das ist deins das finde ich halt echt nee das kriegt von mir gut das kriegt von mir ist okay weil die krone oben finde ich ziemlich blöd okay ist immer noch nicht deins lol wie viel sind denn hier in der runde ist ja heftig bestimmt nur wegen mir nein spaß oder wegen dir ähm was haben wir hier ähm geht eigentlich auch aber das gesicht ist irgendwie ja der thron ist in ordnung aber sonst finde ich das eigentlich cool von den leuten die hier stehen kriegt auch ein gut ich hätte es mit dem carpet vorne gemacht ähm sie ist halt ein bisschen lang geworden es war mir klar dass es deine ist sieht echt ganz in ordnung aus also ich bin zufrieden äh was ist ja gut das kriegt von mir ein meister bleeding ja definitiv alter ich kann keine königin bauen ich hab's noch nie drauf gehabt mit leuten wenn ich mir so angucke was hier leute hinzaubern hier das hier das sieht zum beispiel richtig gut aus ich verstehe gar nicht ja ich weiß gar nicht warum das in die luft gesprengt wurde ich kann auch nicht verstehen hat die einen sack schutz an das ist oh ne meister bleeding ja soll das die hose der queen werden oder was hä die hat irgendwie so ein bisschen so diesen 60er oder 80er jahre hipster stil drauf oder ja ich denke es mir auch gerade mit diesem blau und lila okay was haben wir hier das finde ich ganz schön aber die krone hat so eine diamanten krone aber alter das finde ich eigentlich von ja das ist voll cute eigentlich finde ich so so die beine so schräg und so gut gegeben ja ich auch so überschlagen sieht echt gut aus finde ich alter wie die leute das drauf haben ich schäme ich gerade richtig für meins sicher noch gesagt habe ja sieht gar nicht so schlimm aus jeder hat meinen schlechten tag wir hatten gewonnen auch ich würde gerne sehen wer gewonnen hat äh ling ling 04 okay ja naja ach so welches bild das ist meinst du ja das so dass man das nicht sieht ja genau ähm naja auf jeden fall man kann ja nicht immer gewinnen ähm das war's von der folge wenn ihr noch mehr von niklas sehen wollt dann schaut am besten unten in die video beschreibung denn da ist er verlinkt und wenn es euch ansonsten gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt dann lasst einen like da ähm schreibt etwas in die kommentare schaut auf meinem kanal vorbei und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin baut fleißig weiter ciao und haut rein rein